Bald kommen zwei neue magische Pferde nach Star Stable. Das eine sehe ich ein bisschen kritisch. Und damit aufgesattelt und aufgesessen, herzlich willkommen zu einem neuen Stallgeflüster. Jetzt schon das zweite innerhalb einer Woche. Momentan kommt ja ein kleines bisschen mehr. Ja, und zwar sind ja jetzt die magischen Pferde angekündigt worden, beziehungsweise ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Sind sie überhaupt schon beide in Videos angekündigt worden oder bislang nur das Einhorn? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, das Einhorn kommt rein, falls ich mich nicht täusche, im Modell eines Pasofinos. Oder korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe es mir nur relativ kurz angeschaut. Und es leuchtet. Es hat tatsächlich so glänzende Sprenkel an den Beinen, in der Mähne und an der Spitze vom Horn, so als ob es das so in Leuchttinte reingetaucht hätte. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus, das muss ich sagen. Dennoch bin ich dem Einhorn in Star Stable, stehe ich so ein bisschen kritisch gegenüber. Warum? Ich fand es ja an sich cool, dass wir diese Zaubenzeuge zum Verkleiden, sage ich jetzt mal, hatten, die ein Horn auf der Stirn haben, wo wir quasi unser Pferd zum Einhorn machen können. Allerdings finde ich es tatsächlich gar nicht so gut, dass wir ein Einhorn dann demnächst als Kauf und reitbare Rasse im Spiel haben. Wieso, was, warum und warum finde ich das negativer als die anderen magischen Pferde? Also generell bin ich ja jetzt nicht unbedingt ein Fan von allen magischen Pferden. Ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich zum Beispiel die Fischpferde sehr, sehr hässlich finde. Bitte nicht falsch verstehen, wenn die jemand schön findet, gar kein Thema. Jeder darf da seine eigene Meinung haben und jeder hat da seine eigene Meinung. Ich persönlich finde sie gar nicht schön. Ich persönlich finde die Drachen zum Beispiel cool. Aber ich finde, sie passen nicht ins Star Stable. Die Halloween Pferde gehen für mich noch. Das sind Saisonpferde. Die Hufflinger zum Beispiel finde ich auch in ihrer bunten Form hübsch, aber viel zu krass. Viel zu krass. Ich habe mir auch einen gekauft, aber nur, weil ich ihn einfach in seiner Grund, in seiner nicht bunten, in seiner nicht magischen Farbe wunderschön finde. Warum finde ich es jetzt kritischer mit den Einhörnern als mit den anderen magischen Pferden? Die anderen magischen Pferde, die gibt es so in echt nicht. Was heißt, die gibt es so in echt nicht? Es gibt auch keine Einhörner in echt, beziehungsweise es wäre sehr schön, wenn es die geben würde. Vielleicht gibt es die auch in irgendeinem Paralleluniversum. Aber es ist halt eine Erfindung von Star Stable. Die gibt es jetzt auch so rein mythologisch, gibt es die nicht. Es ist halt reine weckene Star Stable Erfindung. Und von daher ist das für mich was anderes, als ein Pferd, was es in der echten Mythologie gibt, wo sich so viele Sagen drum ranken, wo sich aber alle einig sind, dass das Einhorn für absolute Reinheit steht und sich auch nur von den Leuten mit ganz reinem Herzen, beziehungsweise Jungfrauen überhaupt umgeben lässt. Und ja, einfach ein Tier, dem man dann auch nachsagt, es ist so selten. Oder denken wir an die Geschichte vom letzten Einhorn. Das letzte auf der Welt, weil die anderen, gut, gut, es gab da halt eigentlich doch schon noch ein paar, gut, ja. Aber für mich hat ein Einhorn irgendwie was, was nochmal so, was so extra besonders ist. So Special Plus quasi, wenn ihr versteht, was ich meine. Für mich ist einfach ein Einhorn, das hat für mich einen anderen Stellenwert als andere magische Pferde. Und ich hätte mir jetzt persönlich gewünscht, dass das Einhorn nicht als reitbare Rasse in das Spiel reinkommt. Weil ich einfach nicht finde, dass es zum Einhorn und seinem mythologischen Hintergrund passt. Dass wir jetzt hier auf einmal als Massenware in Anführungsstrichen durch die Gegend reiten können auf den Einhörnern. Das finde ich einfach irgendwie nicht stimmig. Und deswegen werde ich mir auch keins kaufen. Ich finde das total schön, ja. Aber ich persönlich, ich habe nicht mal unbedingt was dagegen, dass ein Einhorn in Star Stable vorkommt. Ich finde es halt nur nicht gut, dass es reitbar ist. Ich hätte mir zum Beispiel, also ich hätte ein Einhorn sogar cool gefunden in Star Stable. Aber, hatte ich jetzt schon auf dem Discord geschrieben, so als Teil entweder von der Story oder so eine Nebenquest. So ähnlich wie mit dem mythischen Hirsch, von dem wir noch nicht wieder mehr gehört haben in Redwood. Dass man so eine Quest hat, wo man zum Beispiel, oder was weiß ich, dass das Einhorn ist halt auch irgendwie über die Wurzeln der Bäume, kann das Einhorn spüren, dass Jorvik in Gefahr ist. Und es kann uns helfen, damit es uns aber hilft, müssen wir mit den Soul Riders, was weiß ich, so eine Art Opfer darbringen. Wir dürfen aber nicht nah ran. Es duldet uns nicht in seiner Nähe und nimmt dann das, was wir ihm mitgebracht haben, quasi als Dank, so aus sicherer Entfernung. Wir legen das so dahin und schleichen uns dann langsam so rückwärts und dass es dann halt auch so ein bisschen scheu ist und eher wegläuft. Ich habe das so ein bisschen verglichen. Ich weiß nicht, wer von euch, das ist schon ein ziemlich altes Spiel, das heißt, ihr müsst auch schon etwa in meinem Alter sein, wahrscheinlich, um das Spiel zu kennen. Ich weiß nicht, wer von euch Barbie Zauberhafte Pferdewelt kennt. Und würde ich es zum Laufen bekommen, ich hätte so Bock, es zu spielen. Es ist total einfach gehalten, aber es ist ein super süßes Spiel. Und war für mich damals, für damalige Verhältnisse, fand ich es bahnbrechend von der Grafik mit Ego-Perspektive und der wallenden Mähne, fand ich richtig toll. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Szene am Ende des Spiels. Auch mit einem Pferd. Ich will jetzt, ich will auch irgendwie nicht spoilern, auch wenn Spoilern natürlich bei so einem alten Spiel irgendwie schwierig ist oder das dann selber noch zu erleben. Aber da ist auch eine Szene, wo ein eher scheues Pferd drin vorkommt, was es eben, ja, sobald es einen bemerkt, halt wegläuft. Diejenigen, die das Spiel kennen, wissen sowieso, welche Szene ich meine. Und diejenigen, die es nicht kennen, die können sich aber denken, wie das aussehen würde. Und sowas, das fände ich zum Beispiel richtig, richtig cool als Quest mit einem Einhorn. Also ich hätte mir tatsächlich, also ich finde schon, dass ein Einhorn irgendwie in die Welt von Jorvik passt mit der ganzen, mit der ganzen Magie, den Mythen und diesem Fantasy-mäßigen. Und das passt schon rein. Aber ich finde einfach, es passt nicht zu einem Einhorn, dass es sich, dass es sich reiten lässt, dass es sich aufzäumen lässt, dass es sich eine Decke und einen Sattel drauf ziehen lässt und mit dir Rennen und Championate bestreitet. Ich finde, das passt einfach nicht zu einem Einhorn. Und selbst wenn man dann sagt, ja, ich mache das jetzt so, dass es dann halt in diesen Situationen wirklich nur die normale Form zeigt und es wirklich nur außerhalb, wie es früher eben mit den magischen Pferden war, nur außerhalb unbeobachtet zum Einhorn wird. Das kann man ja auch so ein bisschen Story-mäßig verpacken. Ich finde es halt trotzdem nicht passend. Kann jeder der Meinung sein oder eine andere Meinung, eine andere Meinung sein, natürlich. Es sind auch viele da, habe ich auch auf dem Discord schon mitbekommen, die sagen, hey, ich freue mich total drauf, weil ich finde es richtig schön gemacht und ich finde das jetzt alles nicht so tragisch. Es gibt aber auch Leute, die halt auch wirklich das sagen, wie ich auch, dass sie sagen, okay, das passt einfach für mich persönlich, so von dem ganzen mythologischen Hintergrund, passt es gar nicht rein. Und ich bin jetzt einfach mal super gespannt, was ihr jetzt hier auf diese Stallgeflüster kommentiert. Weil an dieser Stelle, ihr wisst, es ist bei Stallgeflüstern immer so, dass ich sage, hey, kommentiert, gebt mir eure Meinung. Auch wenn ich dann oft nur irgendwie einen Daumen rauf oder ein Herzchen vergebe, so quasi als Zeichen, ich habe es gelesen, weil ich lese die Sachen eigentlich in aller Regel. Auch wenn ich es dann vielleicht halt nicht schaffe, sie zu kommentieren. Aber ich finde es echt spannend, so die Ansichten und Blickpunkte auch von euch zu hören bzw. zu lesen und dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen, ja, noch einen anderen Blickwinkel auf die Dinge zu bekommen. Ich finde das immer super, super spannend, den Austausch mit euch. Meine Idee oder meine Ansicht, meine Ansicht zum Thema Einhorn kennt ihr jetzt schon. Damit wisst ihr auch, dass bei mir kein Einhorn einziehen wird, weil ich es einfach inhaltlich nicht passend finde. Ihr könnt mir ja schon mal schreiben, ob ihr jetzt extra auf ein Einhorn hinspart. Die werden ja eben nur für die Dauer vom Winterdorf dann da sein. Das heißt, bis Mitte Januar so viel Zeit ist es dann ja nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und hoffe tatsächlich, dass wir dann hinterher nicht so Riesenherden von Einhörnern rumlaufen sehen. Ja, weil das wird so ein bisschen das Einzigartige. Die Einzigartigkeit, die für mich eben ein Einhorn ausmacht, wird es für mich persönlich so ein bisschen nehmen. Was heißt ein bisschen nehmen? Es wird es für mich tatsächlich komplett nehmen, weil das einfach nicht zu dem passt, was ich mit einem Einhorn verbinde. Aber wie gesagt, haut in die Tasten, schreibt mir eure Meinung. Platsch, da liegt die Scheier. Und dann macht's gut. Bis dahin. Tschüss.